Hi zusammen, hier ist der Calvin und wir sind in Portfolio Review Nummer 25. 25, wer hätte das gedacht, dass es mal so lange geht? Und wenn ihr so ein Video wie hier jetzt seht, dann müsst ihr wissen, dass ich das vor ein paar Wochen aufgenommen habe, also vorproduziert. Das heißt, ich kann leider nicht so sehr auf die letzten Folgen eingehen. Vielleicht kommt auch mal ein Zeitpunkt, wo alles ein bisschen aktueller ist, aber im Moment muss ich ein bisschen vorproduzieren, weil wieder eine Zeit kommt, wo ich ganz viel unterwegs bin. Und Leute, es kann lange dauern, bis euer Bild drankommt. Also wenn ihr mir ein Bild schickt, es kann schon mal 10, 15 Folgen dauern, weil ich eben so viele Bilder bekomme. Okay, aber ich sage auch, man kann auch mit anderen Bildern was anfangen. Schaut euch solche Reviews konzentriert an. Das sind 15 Minuten eurer Lebenszeit und vielleicht ist etwas dabei, wo ihr sagt, da fällt mir was bei meinem Bild ein, das ich ändern kann. Fangen wir an mit dem ersten Bild. Ein Bild, einen Boxer. Oder ist mehr Story drin. So war es halt scheinbar irgendwie zu Hause fotografiert. Das Licht ist mir ein bisschen arg hart von der Seite. Also der Part gefällt mir irgendwie von der Bearbeitung auch nicht ganz so sehr. Es wird zu kontrastreich, auch diese Halsfalten. Aber so prinzipiell, erster Eindruck war gut. Ich hätte wahrscheinlich auch das Format ein bisschen anders gewählt. Ich hätte wahrscheinlich so voll den mutigen Schnitt gemacht. Und ich hätte ihm das Kreuz noch ein bisschen da, dass er ein bisschen noch muskulöser wirkt. Also da ein bisschen Rand verflüssigt. Ist jetzt ein Bild, wo ich sage, ist okay, ist nicht schlecht. Er hätte ja den Boxer auch einfach so abknipsen können. Jetzt ein bisschen Gedanken gemacht, spannendes Licht. Schöne Gerade mit links. Ja, hätte mir vielleicht noch ein bisschen Licht mehr von oben gewünscht, dass der Glanz der Handschuhe oben noch kommt. Es ist okay. Es ist nicht das beste Licht, aber es ist okay. Ich gehe mal weiter. Ja, eine Cola-Dose. Machen wir jetzt Cola-Werbung hier. Also ich werde nicht dafür bezahlt. Ja, Sommer, Sonne, Coca-Cola. Hey, vielleicht hat jetzt jemand von Coca-Cola, der da arbeitet, sagt, hey, komm, ich mache ein Portfolio-Review mit. Dann haben wir Werbung drin. Okay, ist mir aber egal. Hier geht es nicht um Marken. Ja, das Bild ist okay. Also ich hätte jetzt keine, wenn du jetzt Sommer, Sonne rüberbringen willst, hätte ich da irgendwie einen Cocktail hingestellt oder irgendwas mit Früchten drin. Also da passt Coca-Cola überhaupt nicht. Es passt schon, ja, erfrischendes Getränk, aber und ich wäre noch tiefer runtergegangen von der Perspektive, wenn es möglich gewesen wäre. Aber der Himmel und so, das kommt gut. Aber, ja, vielleicht auch sogar Querformat. Ich weiß es nicht. Ist jetzt kein Motiv, wo ich jetzt sage, so spannend. Dadurch, dass du überall Zeichnung drin hast, ist es schon nicht schlecht. Aber, ja, ist halt eine Cola-Dose, irgendwo im Sand. Ist jetzt nicht so ganz mein Hammer-Motiv. Mario Cantor. Da war schon mal ein Portfolio-Review. Das weiß ich, weil ich ihn kenne. Er hatte damals das Endzeit-Bild, wo er da rumgelaufen ist mit der umgekippten Freiheitsstatue und so weiter. Ja, spannendes Bild. Super. Da oben sind mir ein bisschen zu viel Schlieren drin. Und da ist es ein bisschen zu wild. Also, der untere Teil ist genial. Den finde ich stark. So. Aber der obere Teil mit den Schlieren geht gar nicht. Vielleicht hätte ich da mehr Flares reingemacht. Das wäre auch mit Sicherheit, du kennst dich ja aus mit Photoshop, irgendwie ein Eisstadion leicht im Hintergrund noch zu sehen. Aber das ist mir dann doch ein bisschen zu wild. Zu viel. Also, da unten passiert so viel. Ja, und dafür, dass dann da oben fast flächig ist mit ein bisschen Licht, ist mir ein bisschen zu wenig. Aber ansonsten, ja, der untere Teil ist halt, gefällt mir gut. Auch so von den Kontrasten her, der sieht eigentlich schon mal ganz gut aus. Okay, wir gehen weiter. Ja, Jasmin hat das Bild gemacht. Oder Jasmin? Jasmin? Keine Ahnung. Der Blick sieht skeptisch aus. Also, die Farbigkeit gefällt mir sehr gut. Auch das Modell, so Rotschopf, sieht frech aus. Sommersprossen, das gefällt mir ganz gut. Auch das Pastellige, dass sie den Kopf senkt, bin ich eigentlich kein Fan von. Aber ich glaube, hier passt es einigermaßen. Das sieht irgendwie frech aus. Ich kann dir jetzt gar nicht so viel kritisieren. Ich finde es auch gut, dass du Haare mit drauf genommen hast. Sonst sage ich ja immer, guck mal, so ein Schnitt wäre vielleicht auch gut gewesen. Aber ich finde da, gerade so die Locken, das kommt gut. Kinn vielleicht ein bisschen hoch genommen, Augen hätte ich vielleicht noch ein bisschen aufgehellt, wenigstens das Innere hier. Aber es ist eigentlich ein schönes Bild, das mir leider jetzt nicht so viel Angriffsfläche bietet für Kritik. Ich kann einfach nur sagen, ja, das wirkt, ist schön, ist in Ordnung. Also, ja, gehen wir weiter zum nächsten Bild. Ist ja fast ähnlich, ne? So Mädel draußen, Autoaufnahme, sieht man mal, wie unterschiedlich alles ist, ne? Vom Stil, der eine, oder die eine macht so Pastellig und alles. Auch das Rot der Haare, also hier wäre es verheerend gewesen, das schwarz-weiß zu machen, ne? Wären die roten Haare gar nicht gekommen. Und dann hier mal ganz anders. Das Bild wirkt für mich nicht, ja, das sage ich dir gleich. Das wirkt, ist vielleicht für sie ein schönes Erinnerungsbild, dass sie mal ein Bild hat, wie sie lacht. Aber aus fotografischer Sicht ist das für mich nichts. Warum schwarz-weiß? Sie hat so ein schönes Lachen, ja, warum nicht Sommer, Sonne, Gelb, vielleicht hat sie ein gelbes Oberteil an, ich weiß nicht. Also, schwarz-weiß geht hier für mich jetzt eigentlich weniger. Und, ja, Licht ist jetzt auch nicht so spannend. Ja, wie gesagt, ich hätte es nicht schwarz-weiß gemacht und ist halt ein schöner Moment vielleicht festgehalten, ne? Das Lachen. Aber ich kenne sie nicht, ja, die meisten kennen sie nicht und sagen halt, ja, ein Mädel, das halt lacht, so hübsch ist. Aber das war es dann. Grau finde ich ja nicht so passend. Hier ist es halt der Stil, dieses Feuerige, das Rote, die Farbigkeit, die halt da nochmal wirkt. Eigentlich könnte man sagen, hier wirkt es schwarz-weiß, aber ich finde es nicht passend zum Ausdruck und zur Stimmung. Da ist mir direkt eben der Halo aufgefallen, dieser helle Saum um ihn herum. Aber ansonsten finde ich es eigentlich cool. Eine tolle Kulisse, ja, so ein bisschen Silhouetten-Style, das Bild. Für mich kippt es noch leicht. Aber das finde ich eigentlich ein ganz gutes Bild, bis auf die Säume um die Person herum. Aber ansonsten, also wenn du das jetzt bist, ja, auf dem Bild zu sehen ist, das Bild noch gerade ausrichten. Hier mit dem Abwedler auf Lichter stellen, Alt-Taste drücken und abdunkeln. Ja, dass nur die Lichter abgedunkelt werden um dich herum oder Nachbelichter nehmen in den Lichtern. Ganze Zeit abdunkeln und dann ab an die Wand. Ist für mich ein schönes Erinnerungsfoto. Schön ruhig. Da finde ich auch schwarz-weiß passend. Das hätte mir sicher auch in Farbe gut gepasst, aber in schwarz-weiß finde ich es eigentlich auch ganz gut. Ja, reduziert aufs Wesentliche. Also ich finde es, ist auch ein schöner Himmel mit dem Linienverlauf. Aber die Halos und dass es leicht schräg wirkt, das finde ich nicht so passend. Da haben wir wieder eine Montage und dann nochmal am Ende richtig fett den Ölfilter drüber. Finde ich auch ein bisschen too much. Ja, ist halt, was soll ich, das ist jetzt, ich will jetzt sagen so Pavel Kaplun-Style-Montage. Aber er hat ja auch viele Dinge, viele einzelne Elemente drin. Vogel, Affe, Desk, Geweih, Spinne. Also das hat ja schon fast ein bisschen Karikatur-Style, was Illustratives. Du hast bestimmt viel freigestellt bei der Aufnahme. Und dafür finde ich es eigentlich ganz gut. Mir ist es ein bisschen zu viel Ölfilter. Ich hätte definitiv die Augen hier heller gemacht. Also dann wirkt das Ganze noch illustrativer. Und auch die Schweinsnase geil. Also es ist ein Bild mit Witz und Humor. Ich finde es gut. Wie gesagt, Ölfilter ein bisschen weniger, Augen aufhellen. Und das könnten Einschusslöcher sein. Witzige Story. Lustig. Und mit sowas kann man auch mit Sicherheit Geld verdienen. Wenn du mal einen Kunden irgendwie hast, wo du sagst, der will mal was Besonderes. Wenn du so basteln kannst, das gefällt. Das gefällt denen. Auch wenn es am Ende nicht realistisch aussieht. Soll es auch gar nicht. Das ist ja so ein bisschen Humorbild. Auch die Kerze mit dem Schein, mit dem Schatten. Also finde ich gut. Ist eigentlich gut gemacht. Ja, auch wie der Ölfilter. Also der zieht sich durch. Das ist der Wahnsinn. Ja, das sieht dann schon hier ein bisschen illustrativer aus. Aber mir gibt das Bild gar nichts. Also okay, mag sein, dass es eine schöne Maschine ist. Aber auf dem Parkplatz mit dem Pfeil hinten noch eine Schranke. Das sieht aus wie alt irgendwo hingefahren. abgestellt, abfotografiert. Nicht mal so spannendes Licht. Für mich ist es nichts. Dann auch noch, dass da hinten dieses Gestell da drauf ist. Übertriebener Malfilter, der die Details ein bisschen... Ich hätte mir hier gerne mehr Details gewünscht. Ich kenne mich mit Motorrädern nicht aus, wenn man die fotografiert. Aber das hier gefällt mir überhaupt nicht. Dieses Color Key, das halt im Hintergrund so schwarz-weiß ist. Und eine Maschine oder die Maschine ist sehr orange. Das geht für mich noch durch. Kann man machen. Vielleicht nicht ganz schwarz-weiß im Hintergrund. Nur Teil entzettigt. Aber wie gesagt, Motiv, Gestaltung, Lichtführung ist jetzt eher nicht so mein Ding. Jetzt hört das wieder im Hintergrund klingeln. Das kann ich leider nie abschalten. Da steckt man nie drin. Aber okay. Nächstes Bild. Finde ich vom Licht her irgendwie Spannendes. Das hat irgendwie was. So wie so ein Gemäldeeffekt. Also sieht gut aus. Die Haut ist wirklich ein bisschen arg rau. Arg porig. Die gefällt mir nicht. Also da ist irgendwie mit der Bearbeitung ein bisschen zu viel. Haare hier sieht gut. An der Seite hat er ein paar reingemalt. Sieht man hier. Das sind reingemalte Haare. Aber da muss ich dir ganz ehrlich sagen, klar das sieht man, dass die reingemalt sind. Aber das passt. Also der Hintergrund rockt halt echt. Also der Hintergrund ist geil. Und auch das Licht auf ihr. Also prinzipiell eigentlich ein richtig cooler, sehr spezieller Look. und wenn die Haare reingemalt sind, das macht nichts. Weil für die Personen, wo wir fotografieren, die erkennen das ja auch gar nicht. Aber die Haut wirkt mir ein bisschen zu porig. Keine Ahnung, was du da gemacht hast. Wenn du das gleiche Bild machst mit sowas, keine Ahnung, dass einer so ein Outfit trägt, wie damals in den 30ern, 40ern, keine Ahnung. Ich glaube, das rockt richtig so. Also der Hintergrund gefällt mir, das Licht gefällt mir. Haut, wie gesagt, ein bisschen. Aber ein sehr eigener, spezieller Bildstil, der mir gut gefällt. Also da würde ich jetzt mal gerne wissen, da werde ich jetzt vielleicht auch mal selber schauen, ob du noch mehr Bilder in dem Stil hast. Das hat was. Oh, eine Street-Aufnahme mit einem Jungen, der mit seinem älteren Bruder oder Vater oder was auch immer läuft. Also, sorry, ist für mich auch nichts, gar nichts, dieses Bild. Weil ich nichts drin erkennen kann, was irgendwie, wo bei mir eine Story entsteht. Auf der linken Bildhälfte passiert extrem viel. Rechts extrem wenig. Diese halben Füße, die ins Bild kommen, der Typ, der einfach nur aus dem Bild rausschaut, da hinten die sich zwei unterhalten, einer wieder verdeckt, das wirkt alles so völlig planlos. Jetzt würde ich sagen, ja, ist ein spontanes Bild, aber von was lebt dieses Bild, was ist daran so spannend? Der Junge ist wirklich spannend mit seinen roten Schuhen, Spider-Man, er hat auch rote Schuhe und so. Also die zwei finde ich schon spannend, aber das passt überhaupt nicht zum Rest. Also für mich wirkt es halt abgeknipst. Ich weiß nicht, was du daran spannend findest, was da so toll ist. Für mich wird abgeknipst und so, naja, Street passt schon irgendwie, Street muss halt so sein. Aber, ah, nee, nee, das geht mir nicht so rein. Die Farbigkeit, Bearbeitung, die geht eigentlich noch, aber mir passiert links so viel und so ungeplant, so unkontrolliert. Ich wüsste nicht, was ich daran toll finden soll. Das ist die Aussage. Ich weiß nicht, was daran toll ist. Also am besten finde ich einen Stehenpart, so, aber der kriegt dann zu wenig Aufmerksamkeit. Und Bearbeitung vielleicht, naja, am Hintergrund ist gut, an der Person vielleicht ein bisschen zu heftig. Okay, wir sind durch. Wir schauen uns nochmal die Bilder an. Und, ja, schwierige Entscheidung. Was ist der Favorit? Also, klar, Mario, gutes Bild. Auch sehr witzig, auch sehr schön. Sehr spezieller Log. Ich glaube, das hier hat mich jetzt in der Runde so am meisten fasziniert, wegen dem Stil. Der gefällt mir ganz gut. Aber hier, also das, das, das und das, das sind so wirklich schöne Bilder, die mir, und das hier. Schöne Bilder, die mir ganz gut gefallen. Schreibt es bitte in die Anmerkungen, wie ihr denkt, wie ihr tickt, was ihr findet. Und ich bin gespannt. Also ich lese mir die Anmerkungen immer durch. Und bitte schreibt auch. Also die Leute, die ja die Bilder einreichen, die freuen sich. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Und ich bin gespannt. Vielen Dank.